Das große Erstaunliche Jerusalems ist nicht erstaunlich Anders als Johannes, der erstarrte, als er die Stadt sah und erfuhr, was auf ihrer Stirn geschrieben stand, wunderte sich der ihm die Hure zeigende Engel nicht. Ihn erstaunte aber die Bestürzung des Apostels. Offb. 17,7 Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die sieben Köpfe und Zehn Hörner hat. Wie Riccardo von der Lage erklärt, konnte Johannes die Dinge in Offb. 17 deshalb so sehen, wie sie in ihrem Innersten waren, weil er sich im Geist befand. Seine geistlichen Augen erblickten den enthüllten Wesenskern einer Stadt, die ihm wohl bekannt war, deren innere Qualität er aber noch nie zuvor auf diese Weise wahrgenommen hatte. Es ist schwer vorstellbar, dass Johannes die Stadt Babylon im heutigen Irak nie erkannte. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass er sich über deren Charakter als Hure und Mörderin wunderte. Vielmehr hatte ihm der Engel das überaus erstaunliche Geheimnis der ihm wohl vertrauten Stadt Jerusalem offenbart. Als er ihr babylonisches Wesen der Gegnerschaft Gott gegenüber wahrnahm, war Johannes zutiefst schockiert, denn er begriff, dass viele bekannte Feinde Israels, vor allem das babylonische Weltreich, das unter Nebukadnezar den Tempel Gottes zerstört hatte, lediglich Bilder dieser großen Hure Babylon sind. Für den Engel, der mit Johannes sprach, war es hingegen selbstverständlich, dass Jerusalem in ihrem innersten Kern Babylon ist. Denn jedem, der sich im Geist befand, sprang das überaus Erstaunliche ihrer Identität ins Auge. Großbuchstabig prangte es auf ihrer Stirn. Alle, die das unverhüllte Innere der Dinge erblickten, konnten gut sichtbar lesen, wer und wie Jerusalem war, die große Babylon, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Verläufer der Augenbete. Sperr bei der Grenze 24 25 22 21 22 22 23 24